Ja, machen wir mal schnell online hier. Klassischer WoW-Attack im Moment bei mir. Gold kann man in der Phase, Naxamas Phase auf jeden Fall, genug gebrauchen. Huch. Pst. Ich unterhalte mich gerade. Mann. Das, ne, das ist scheiße. Das ist schon noch, das prägt mir ja nicht zu viel. So, dann mache ich mal hier noch den an. Den an. Und dann machen wir noch so ein Mann ausstehen. Ach du dicker, alles ist heiß. Oh, ist das heiße Tee. Geht's aber schnell. Zack. Den, den, den. Oh. Oh, knapp. Oh, ich spiele hier aber auch mit dem Feuer, kann man schon was sagen. Oh, noch mal ein bisschen Wasser und Brot anmachen, fällig mal. Sicher ist es. Schaun. Kann ich auch mal schnell was trinken. Den Tempo sich nicht mal abkühlen lassen, ne? Extra nicht ganz so heiß aufkochen lassen. So. Aufmachen, 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 aufmachen. Das Blündern ist des Müllers Lust. Oder so ähnlich, jedenfalls. Beim Blündern bekommt der Müller Lust. Ne, das war's glaube ich nicht. Was? Oder? Bisschen Triggern, die Leute. Das muss immer sein. Triggern muss immer sein. Sehr gut. Ciao. Jetzt geht's 완전 ein bisschen. Soja, ich bin ja schon wieder fertig. Oh, Alter, ich hab gelingt. Abgelenkt, boi! Mal kurz was trinken... Ich glaube, ich brücke länger als in dem Beklärvideo, ganz ehrlich. Ich muss näher ran. Ich glaube, das ist jetzt auch mein 120er Run oder so. Das werden wir gleich sehen. Und noch mal ein, zwei Runs waren dabei, hab ich ihn normal gemacht. Oder sonst immer nur den. Dann plündern wir die Gräber nochmal. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch im Klärvideo gezackele. Dass man die ja nochmal plündern kann, da können auch manchmal grüne Sachen tropfen. Ähm, gut, dass ich das Inventar leer gemacht habe, boah. Das macht auf jeden Fall Sinn. Da können wir wieder ganz viel Stoff rausspeisen. Äh, Stoff, nicht Stoff. Stoff ist sogar relativ viel wert, wenn man es verarbeitet. Auch 8 Silber, die kann man mal einwenden, da sind nicht ganz schwertlos. Diese Schwerter, ne? Manchmal ein Gold, ne? Dieser komische Hammer, wie sieht das denn überhaupt aus? Wie fühle ich? Hier so eine Halskette. Soll 11 Gold sein? Aha, glaube ich nicht. Ich hab nicht mal das andere Trinket-Sekt bekommen. Das war ein zusätzlicher Heel. Oh, ich dachte, da müsste man ja was für bekommen, aber... Kein Stück. Das ist, glaube ich, heute Morgen oder... Morgen reingestellt oder... Nee, gestern... Gestern Abend hab ich's noch eingestellt bis in Nacht. Nö. Boah, nichts Schönes dabei bisher. Jetzt haben wir alle Gräber... Oh, oh, soll ich da hinten nochmal plündern? Eigentlich schon, ne? Boah, das war knapp. Das war, glaube ich, knapp. Das war knapp. Freut sich auch immer, wenn man endlich mal alles geplündert hat hier und dann... ...der eigentliche Teil losgeht. Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Jo. Die nicht triggern... Sieht doch anstehen, ne? Sieht schon ein bisschen episch aus. Und ich tanze hier um die herum. ... ... ... ... ... ... ... ... Am Anfang war oft sooo oft reingefahren da vorne, ne? Das war mal ätzend. Hä, warum konnten die jetzt endlich alle mit? Komm schon. Mit, mit. Alle, jawoll. Was machen wir da? Der mit dem mit. Oh, ist aber schon rein. Ja, schon hat er sich gemacht. Bester Mitarbeiter hier auf dem Werk. Scheiße, scheiße, scheiße. Boah, das war knapp, ey. Ach, du dicker Dorsch. Nein, nicht schon wieder! Das schaff ich nicht, das schaff ich nicht, das schaff ich nicht. Nein, Mann! Wie war das? Das kann noch so viel schief gehen, ey. Ich mach den zum hundertzwanzigsten Mal. Oh, Mann, ey. Ja, hier unten steht. Hundertzwanzigsten. Ich hab den Händler gesagt. Ähm. Hexen-Doktor bei hundert Prozent, der gute ist es klar. Aber nach einer Minute ein... Warum steht da nicht der Rekord? Oh, die sind jetzt... Schnellste... äh... Schnellste Mal verloren. Oh, das würde ich fühlen. Oh, Mann, das ärgert immer. Ich wollte doch nur einen kurz und dran machen. Oh, das ist ein Dauer, Lagerkomb. Es gibt mir so oft einen Sack bei den ganzen Twings in der Gelde, nie weiß man, wer das alles ist. Denkt man, hä? Was ist jetzt hier gerade los, wenn die tausend Leute neu dazu kommen? Nein, alles Twings. Boah, heiß. Der Tee ist immer noch heiß, ich habe ihn noch nicht aufgemacht, so kühl. Ich würde tatsächlich mal interessieren, wenn ich jetzt... die Musik weiter so laufen lasse. Ach, hört ihr ja gar nicht im Video, aber im Stream hört man sie. Ähm, ob die zensiert wird, das müsste ja eigentlich... eigentlich ist es zensfreie Musik. Oh, ich wollte sie auch noch mal verlinken, ne, an der... oh, muss ich noch mal machen. Playlist. Oh, ich weiß aber nicht, wie das geht, ey. Alles toll anhalten hier, keine Ahnung, ob irgendwas funktioniert. Wie irgendwas funktioniert, kein Plan. Oh, Mann. Oh, Mann. Es ist gleich wieder voll, dass wir langt und zum Hinlaufen... Also, das ist gut, dass wir den Kleber nicht wieder aufmachen. Eigentlich können wir direkt den nutzen. Und dann gibt ihn... Abfahrt... Abfahrt... Wie wurde ich da jetzt abgemautet? Und... Och, nee... Es läuft gerade gar nichts. Da kommt auch die Arschbahn nach Hause schon. Oh, leck mich doch am Zyklis. Muss ich hier den Oldschool Weg nehmen... Safe Spot... Um hier loszuwerden. Und ich glaube, die Caster können mich hier auch noch treffen. Scheiße. Da muss ich nämlich so stehen. Dann können die mich treffen. Ich muss hier kommen da draus. Hier unten war noch ein Sex Spot und ich versuchte ihn nicht mehr. Oh, wenn er so weiter geht... Komm ich heute nicht nur nach Moonlight. Mach ich jetzt schon. Das sieht aber ganz gut aus. Es könnte gut funktionieren auf jeden Fall. Es hat fusioniert. Nice. Unnormal. Ich sag mal normal ist es nicht. Es ist eher unnormal. Aber letztens mal zu essen. Also wirklich meine Stimme selber gehört. Du erkennst ja nicht wieder, ne? Du wirst ja nicht. Das ist voll die hässige Stimme. Jetzt tue ich das anderen an. Bester Mitarbeiter eigentlich. Boah, mein Tee soll jetzt mal abkühlen. Ah, meiner. Ist irgisch. Willst du auch hier nochmal ein Teechen trinken? Oh, jetzt hab ich den noch getriggert. Wie scheiß war das denn für mich? Es läuft heute gar nichts. Aber ist auch mal gut zu sehen, dass bei mir das auch immer nicht perfekt läuft, wenn ich Drums mache. Auch wenn man es vielleicht denkt. Weil in dem Testvideo, also in dem Erklärvideo, lief alles gut, ne? 100%ig perfekt. Aber glaube ich nie. Das geht gar nicht, also bei mir jedenfalls nicht. Generell geht es das schon noch. Aber nicht bei ihm hier. Nicht bei ihm hier. Nur getriggert. Warum kommen die denn jetzt mittlerweile da unten nicht mehr? Ah, so wollen wir das auch haben. Zack. Boah, das war knapp. Hier auch schon so oft drunter gefallen. Das nervig, ey. Du kommst da raus, aber du hast halt umgeklatscht, ne? Ist klar. Jo, die habe ich alle getriggert. Warum liegt denn da eine Leiche? Was ist denn da passiert? So, jetzt mal nicht verkacken. Scheiße. Knapp, 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 knapp. Boah, der war nicht gut gezogen. Hätte ich bessere Gruppe bilden können. Wollern wir hier mal direkt dann rein. Schaut schon mal ganz gut aus. Und jetzt, Zweiten. Immer ganz, ganz wichtig. Alle müssen eingeheist werden. Und dann den Zweiten. Dann kriegst du eigentlich immer schon mal ganz guten Gruppe hin. Der muss gleich eingefroren werden. Jo, perfekt. Jetzt stehen die auch schon mal ganz gut auf. Schnell nochmal einen nehmen. Hoffentlich klappt der jetzt. Da kannst du immer schon mal ganz gut anholen. Dann machst du hier einmal einen hin. Hier einmal einen hin. Dann sind alle eingeheist. Dann den nächsten. Und hoffentlich gleich hier nochmal so circa. Wenn der jetzt nicht durchkommt. Ah ja, so ist es gut. So ist es gut, so ist es gut, so ist es gut. Das sieht sehr richtig gut runter. Dann könnt ihr jetzt gleich schon... Wolltest du jetzt einmal Mana tragen, damit ich schnell wegkomme? Und dann kriegst du die echt gut down, ne? Jetzt noch eine Runde zurück. Dann muss man Manaus halbwegs aufladen. Muss sich für die Ewigkeit reichen. Kann uns ja einmal hauen, kann er ja. Zack. Und dann müssen jetzt eigentlich auf dem Rückweg alle erledigt werden. Aber was? Warum hat denn der noch so viel Leben? Warum hat denn der noch so viel Leben? Was? Warum überleben die so viel? Was ist hier los? Hä? Habe ich so schlecht getroffen? Nein, oder? Jetzt habe ich ja natürlich ein Mana-Problem. Jetzt habe ich hier ein ganz klares Mana-Problem. Wir leben mal ein bisschen Alibi-mäßig aufladen, aber... Das bringt uns jetzt auch nicht viel. Das ist jetzt scheiße. Und die Gruppe ist auch richtig kacke aufgelöst. Das ist jetzt scheiße. Denkt man, ne? Warum hat der noch eine Hälfte das Leben? Sie habe ich ja gar nicht getroffen. Wo warst du denn? Schirpschnaschen oder so? Was ist denn los, ey? Ja, komm, 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 komm. Schön, 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 schön. Ooooooh. Eigentlich hat doch nur der eine so viel Leben, oder? Mal den mal so eingeben. Und einen... Die müssen jetzt alle zerfischen. Ja. Einen vielleicht nur von denen. Den kriege ich dann weg. Und den kriege ich... Den kriege ich noch weg. Einmal hier... Was? Gar nicht getroffen? Warum hat der denn gar nicht getroffen? Kann nicht sein. Macht keinen Sinn. Heute läuft es hier nicht. Das würde ich auch gleich ganz schön abnehmen. Ich habe auch das Inventar noch voll, ne? Das ärgert mich am meisten, was ich daran nicht gedacht habe. Ich kann nicht noch mehr davon tragen. Ich kann das nicht plündern. Das ärgert mich wirklich am meisten. Ich kann das nicht plündern. Scheiße, den Inventar nicht leer gemacht hat. Inventar ist voll. Ich kann nicht mehr tragen. Oh, es ist voll, ey. Zehn Silber. Ich habe eine Tasche bekommen. Mashallah. Einfach das gute. Glück, 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 Glück. Ich habe hier schon mal 14er. Ich weiß nicht genau auf der Bank, ob da vielleicht das fehlt. Ja, das kann alles... Oh, das bringt ja nicht recht viel. Trollschweiß kann man immer ganz gut wegschmeißen. Oder irgendeine Kollegen schicken bei WoW. Freuen sich immer sehr über Trollschweiß. Sehr gefragt bei den Kollegen. Oder Kolleginnen. Oh, ja, komm, dann stellen wir jetzt einmal hier... Bisschen Verbände her. Boah, ich bin so dumm, ich will auf dem Platz freimachen. So, jetzt. Das ist immer nervig, ne? Als Stoff da herzustellen. Ist auch noch so ewig! Warum nicht einfach so bam 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 bam? Wer hat da was davon? Verstehe ich nicht. Und du brauchst ja auch so eine Menge, ne? Hätte man das doch verkürzen können. 23. Aber eins und ein Stack bringt halt gut Gold, ne? Guckst hier. Gold, 20. Kannst nicht meckern. Kannst wirklich nicht meckern. Du kannst halt wirklich nicht meckern. Du kannst halt wirklich nicht meckern. So. Acht. Acht noch. 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 Muss immer noch einen Wecker stellen. Ne, morgen. 8.30 Uhr aufstehen. Also ich hab Spätschicht. Ähm. Dann ist das nicht ganz so geil. 8.30 Uhr tatsächlich. Also für mich nicht. Für normale Leute vielleicht schon, aber. Ne, man. Da seh ich mich immer nicht so. Erste Schicht geht auch immer gar nicht bei mir. Viel zu müde. Werd auch nicht wach über den Tag oder so, dass man sagt, ey, nur das Aufstehen ist schwer. Die ganze Zeit kann ich mir jederzeit hinlegen. Das ist doch nicht schlimm. Ich bin nicht schlimm. Feier ich auch nicht so. Was auch immer denn vor, bevor ich zur Arbeit geh. Duschen und, und, äh, essen und sowas. Sonst geht das gar nicht. Dementsprechend nochmal früher aufstehen. So, jetzt einfach schnell rausporten kann ich mich erinnern. Ganz geil. so bin ich da bin ich da habe ich hier oben auch mal hier seht ihr das glaube ich der zock hingeschrieben der beste name für den youtube-kanal voll behindert der name längst eingefallen ohne relax alles wurde ganz entspanntes glocken spiel im hintergrund höchstlichen video aber im stream youtube steckt das glaube ich gar nicht so wenn das lizenzfreie musik ist weiß ich wie das läuft angemarkt und ich meine das müsste lizenzfreie musik sein also recht sicher wenn ich so auf 90 wenn richtig top glaube ich aber nicht 85 da das war richtig krass kann ich noch mal jemanden schicken gleich oder das brühe noch das brühe noch wo bin ich mit kopfklebbern jetzt kann ich nicht verkaufen der rucksack könnte manchmal versuchen zu verkaufen oder weiß gar nicht wie viel die werte sind aber ich ne ich glaube der werte ist nix mit hab ich oh schöne schusswaffe eigentlich gucken die kloppchen aus bestimmt so wie die schusswaffe fühle ich mag ich feier ich würde mir gerne so richtig standard charakter erstellen richtig standard ausrüstung und so das wäre ganz nice das wäre nice der scheiß tee ich verbrenne mich jedes mal vergesse es auch immer brennt aber die krile frei also krank ist und dann unten mal so ein tee äckst dann ist alles weg da hast du den rachen verstopft gut wie viel kostet so einer wollen wir das machen ach komm gucken wie das weg geht wenn das stabile konstante viel gold oder 3 gold nimmt man das noch mit oh 88 gold richtig gut also richtig gut das ist von gut ich würde eigentlich gerne auch auf 100 kommen weiß ich nicht ob ich das so schaffe ich will auf jeden fall nach wohnfeld kommen ähm ja da haben wir auf jeden fall den flugpunkt holen da auf jeden fall den flugpunkt holen ja